Rom, das Schlachtfeld. Ja! Und wen nehme ich denn dafür? Ich glaube, ich nehme den. Ja! Tja, zack! Den Assassinen! Auf geht's! Wer schlacht... ...ist eröffnet. Du willst nur erschämt! Nein! Woher wusstest du das? Woher? Das ist nicht wahr! Wir sterben! Wieder hat er mich als erstes gekillt. Okay, ich sehe mein Ziel schon. Das bist du, der Clown, ne? Der Joker! Du komm her! Bärsbär und tot! Zack! Betäubt und umgebracht! Zack! Aufgespießt! Oh nein, du bist mir schon wieder auf den Fersen. Nein! Nein! Ahaha! Wann liegt der? Tret ihn doch mal rein! Ah! Ich bin zweiter und mich jagt schon wieder gleich einer. Das geht so nicht. Aber da ist mein Ziel! Stürm! Zack! Im Bauch! Nein! Okay! Wen kriege ich als nächstes? Komm! Vielleicht dich! Oder dich! Oder den Onkel Doktor! Hier! Schmeck deine Spritze! Was? Das war der Falsche! Nein! Ich Idiot! Ah! Nein! Das war der Falsche! Ich Idiot! Ich hab nicht auf die... Sehr gut! Sehr gut getäuscht! Gut gemacht, Doktor! Aber das nächste Mal... ...wird dir sowas nicht mehr... Das ist meiner! Das ist meiner! Das ist meiner! Ach, du willst den gar nicht! Gut! Dann schnapp ich ihn mir! Schön langsam! Schön langsam anschleichen! Und tschüss! Oh, du hast mir meinen Auftrag genommen! So kann's gehen! Oh nein! So kann's gehen! Alter! Und weißt du, wer wieder Numero Uno ist? Hä? 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 Oh, zwei Stück jagen mich! Komm her! Nein! Ah! Ha! 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 Ich bin wieder in die Falle getappt! So muss das sein! Genau so muss das sein, mein Freund! Und weil mich so viele jagen, schnapp ich dich jetzt so! Stirb! Zack! Betäubt! Yeah! Ich geh schon wieder... Ich bin... Ich lauf schon wieder in Höchstform auf, ey! Junge, junge Mann! Aber der Rami, der hat's mal wieder hingekriegt! 250 Punkte abzustauen! Ey, wenn ich dich auf den Kick hab, ne? Dann haben gleich, hab ich gleich... Weitere 500 hinter mir! Ja, ja... Mir... Äh... Mich jagen alle! Das ist voll übel! Mich jagen grad drei Stück wieder! Nur weil ich erster Platz bin! Also wenn du erster Platz bist, das ist richtig übel! Zack! Nein, aber egal! Ehrenhaft gestorben, mein Freund! Ehrenhaft! Okay, ich werd auch schon wieder gejagt! Ich muss mich hier ein bisschen konzentrieren! Bleib hier! Ich komm rein! Auftrag verloren! Wie soll ich so Punkte machen? Oh, wie mich schon wieder zwei Stück jagen! Was ist das? Ich bin aber diesmal nicht mit da runter! Find ich gut! Nein! Ah! Ich wusste es! Verdammt! Ich hab noch überlegt, soll ich ihn umhauen? Nee, er läuft ja weg und dann plötzlich dreht er um und tötet mich! Die Frage ist nur... Ja, der erspießt den da in... In der Luft! Was ist bei dem los? Ja, jetzt stirbst du! Deine Verkleidung nützt dir nichts! Da bin ich dir direkt in die Linse gesprungen, ne? Direkt in die Linse rein! Was?! Ohhhh! Abknallen! So ein Hund! Das sind gegen 150 Punkte! Auch nicht schlecht! So... Ohhhh! Schön hier! Ohhhh! Ich seh nichts mehr! Verdammt nochmal! Ich seh ja gar nichts mehr! Na, komm her! Egal, ob du ehrenhaft stürbst! meine Punkte nein nein aber ich bin trotzdem ehrenhaft gestorben sind wieder 100 Punkte für mich ja das ist der Nachteil wenn man gleich auf dem Dach ist du bist sofort erkannt ja und kommt sofort hoch und du kannst nicht mal abblocken geht nicht sofort fort Alter schade schade egal ich trete auch noch mal rein schönes Hodenattentat der Doktor ja 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 schön alle reingelegt haha geil alle meine Verfolger losgeworden das gibt es nicht was für ein Dusel ey ich hab grad echt gedacht du wärst wieder mein Verfolger nein ich krieg kein Ziel ich auch nicht der Doktor hast du den Doktor auch kann das sein nein da läuft er aus der Menge getötet aus der Menge getötet mein Freund scheiße ey wie ist der denn mich jagen schon wieder zwei Stück weg da ist er da ist er da ist er da ist er ja 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 ich weiß wer mich jagt der so leise ist der jagt mich bist du dir sicher ja 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 so kleine Schlampe komm her zack Fatma gekillt ey ich glaub ich bleib hier nein ich bleib nicht hier nein ah egal hauptsache ehrenhaft gestorben das war unfair ich weiß ja oh nein es gibt es nicht oh alter wie mich alle jagen alle ich brauch den Doktor wo steckt der Doktor kommt der nein er ist die andere Richtung gelaufen das ist so schwierig alle jagen ich Zeit einen Köder loszuschicken den ich suche der verkleidet sich auch der Hund ja ja du suchst mich bestimmt nein ich suche dich nicht gib's zu oh das gibt's nicht scheiße ich bin ganz in der Nähe ich kann seine boah wie nicht drei Stück jagen scheiß auf ich muss zuschlagen komm her nein wie verloren man da da nein ehrenhaft gestorben egal hauptsache ich hab den noch umgehauen Junge Junge ich da jetzt noch lange rumgemacht dann wär's richtig bitter geworden Gott hey wieso bekomm ich immer diese bleib hier noch 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 30 Sekunden ja 30 Sekunden dich abzuschlachten boah nein übelst der will mich nein der will mich nicht ich brauch ein Ziel nein der jagt mich nur wer ja 10 10 10 Sekunden ist alles vorbei naaaah scheiße ich hab nichts mehr gesehen einfach nur zugestochen ja schon wieder erster geworden was für kranke scheiße Junge Junge aber ich hab gottes viele Punkte fürs bedäuben gekriegt ey ich hab kaum gemordet ne gut neun Stück ja egal Junge Junge war das hart ich bin nicht in Form ich merk's das war wirklich alle jagen Zocki man das war richtig böse aber alle legt Zocki rein so sieht's aus Junge jetzt muss ich erstmal was drehen